Drei, Zwei, Eins... Weihegan. Ich selbst gestoppt ist,ado es schreibt... Olli, bitte! Achso, stimmt. Da war auch immer was. Moinsens und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Displaywort cancerous! WOOOOND Elite Ähm, Aueggggg Die Spiellance-Stärke ist lauter als du, oder? Boah, ich bin doch so nach Farben, ey. Bist du hier und weh ich nicht viel von Farben? Ich bin hier nachgejoint, aber irgendwie schießt man hier ein Not-Suppies ab. Ja, ich weiß. Da hab ich das jetzt auch gerade erst bemerkt. Davor ist eine Straße und Wasser, wo man das bringen soll. Keine Ahnung, ich glaub das ist dafür da, dass du halt deine Kills hochfarmst. Ich glaub, wir sollten eine andere Map wählen. Denk ich auch. Ist zwar schön, da kann man dann mal privat unsere Sachen hochfarmen. Ähm... Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Ach, ganz ehrlich, das brauch ich nicht. Hast du was? Ja, entscheiden wir einfach mal. Naja, ich bin unterwegs. Lass nochmal neu anziehen, ganz ehrlich. Beziehungsweise neue Aufnahmen starten. Oh, Broadway, die hatten wir schon so oft. Naja. Kein Problem, ey. Ahem, mal download. Yo, äh, kleine Informationen werden gesendet. Joint Game, ich bin drinnen. Hey, ich bin drinnen. Ja, bei mir dauert's noch. Mit the fuck. Nee, bitte nicht das, wo du hier irgendwie... Wo du irgendwo... Wo du irgendwie irgendwo... Weißt du? Also jetzt nicht so Spawning Objective, wo du irgendwas machen musst, sondern einfach ein Zombie. Wollen wir's mal probieren? Wir können's probieren. Bist du drinnen? Ja. Freunde der schlechten Unterhaltung, ich kann den Rest davor vorspulen. Yay, Schnelldurchlauf. Ich mag Schnelldurchlauf. Ja. Moinsens und herzlich willkommen... Zum zweiten Mal. ...zurück zu... Let's Play No More Room in Hell. Zusammen mit dem Max, der fälschlicherweise für mich gehalten wurde. Leute, schämt euch. Hey, ich hab schon einen Kill gemacht. Oh. Au. Au. Okay. No More Room Hell hat sich... Geschlossen. Es lebt noch. Es hat nichts damit zu tun, V-Sync zu aktivieren, weil da hat hier bei mir immer so... Ja, ich hab einen Baseballschläger für dich. ...rum... ...gesch... ...geschpackotastisch und ähm... Walkie-talkie kannst du eigentlich nehmen. Das bringt glaube ich auch nix. Ich habe einen Fubach. Joach... Joach... Ich hab da aber einen Baseballschläger da gedroppt. Nimm den mal. Den habe ich bereits genommen. Dann ist schön. Herr Oliver. Herr Michael. Ja, nö. Ich besorge uns ganz... Ja, nö. Ist klar. Ich hab mir kurz noch einen Sniper besorgt. Wenigstens einer muss ja von uns halt durchkommen. Dann räume ich schon mal ein bisschen auf der Straße auf, warte. Aber was ist mit dieser Treppe hier? Einmal. Das ist ja die Augenkrebstreppe des Todes hier. Genau. Boah, Junge, ich sag ja hier absolutes Full HD auf der Treppe. Na gut, egal. Lass jetzt mal loslegen. Wir müssen ja erstmal hier rauskommen. Was habe ich denn als Nachkampfwaffe? Naja. Rohr. Nein, du bist Rohr. Warte mal. Ich bohle mich Base. Ui. Diese Treppe, das ist ja hier. Ein Spaß für die ganze Familie. Oh, ja. Oh, ja. Krann. Hm, hier geht's nicht raus. Ja. Äh, da vorn wahrscheinlich. Ich denk's auch. Ah. Hallo? Klavinsky, der Name? Wie geht's euch so? Wir brauchen irgendwas, um das Schloss zu lösen. Hast du einen Plan, was? Ich habe gerade das Schloss zerschossen. Ah, sehr schön. Geh du vor. Ja, mach ich. Habe das erste Kind getötet. Sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Warte einfach, weil wir das Seifern die Menge halten, Alter. Ich hab keine. Das tut mir aber leid. Tut's dir gar nicht. Was? Das ist jetzt gelogen. Weißt du was? Komm einfach durch. Ja, ich war schon festgehalten. Die mögen mich nicht. Die mobben mich hier. So, wo müssen wir jetzt hin? Ins Kino, dachte ich, ne? Dann hilft es. Break the gate lock. Habe ich doch gemacht. Was müssen wir machen? Ins Kino? Du hast gesagt, break the gate lock. Aber ich habe doch die gate lock geprägt. Dann müsste jetzt mal was Neues kommen. Und das müssen wir erst ein bisschen erkunden hier. Vielleicht kommt der jetzt. Hier, hier ist was. Hier. Ich kümmere mich darum. Ist weg. Oh, das ging aber schnell. Ich mach mal hier die Tür wieder zu, ne? Keine, äh, way to the basement. Ja, okay. Geh rein hier. Ich mach dann mal die Tür hinter uns. Ich bin ja eh, ich glaub, da sind welche, die sprechen wollen. Öh, meine Aufgenossen. Hilfe, geh mal weg, ich muss nachlaufen. Ich hab keine Position mehr. Warte. Wie sexy. Jetzt dreht er rum. Alter, der will nicht mehr mit uns sprechen. Der war ja auch wanted, ey. Der hat uns jetzt schon satt. Kannst du mal, Leute, der hinten ist laut. Hilf uns mal bitte. Oder beziehungsweise, hilf mir mal. Ah. Soll ich dir helfen? Dir ist nicht mehr zu helfen. Wo bist du? Komm her, du brauchst einen Schlag. Ich guck mal. Oh, hab ich mich erschrocken. Da steht der hier einfach voll. Ich mach mal den Rest hier hinten, ne? Ja, ich bin... Eine Age-Hör. Plus, dieses flackerte Licht. Das ist ja, ich krieg noch aus. Alter, krieg voll den Schlüssel, so warte. Ich hab die Tür entdeckt, wo wir durch müssen. Ey, diese eine Zombie-Hörbe. Ich hab hier Bretter gefunden, aber die nützen uns ja nix. Ich nütze jetzt die Fubor. So, hier ist nix, hier ist ein Revolver. Ein Fürst-Aids-Kit. Warte, da muss irgendwas weghauen. Dann hau ich... Das ist Aids, aha. Ja, komm, hau ich die Barrikadenhammer weg. Den brauch ich nicht. Boah. Das kann man aber immer gebrauchen. Lass mich durch. Oh, hab ich mich erschrocken. Da steht ein Zombie hinter der Tür. Hier ist Muni. Wie sie rumschreit. Und der Nächste. Ich glaube, es wäre nett, wenn du mal hochkommen könntest. So unter Umständen. Hier ist nichts mehr los. Ich bin hier oben. Hilf mir! Warte, ich glaube, ich zuck mal jetzt meine Sniper wieder. Nachladen. Ich hab's gefunden, wie wir durchkommen. Du musst mich schützen. Okay, kann ich vielleicht sogar machen. Ich hab, äh, Propagangas... Egal, halt. Ja, du musst dich auch mal befreien, Alter. Schast du's? Ja. Okay. Gib mir Steckung, ey. Seh ich gut aus noch von der Gesundheit. Ach, ich bitte dich, Alter. Du siehst immer gut aus. Oh, dankeschön. Das war doch bestimmt nur ironisch gemeint. Was? Ey, sag mal, ey. Was unterstellst du mir hier? Welch infame Behauptung. Folgenname Olli, der Master of Ironie. Wo ging's dir jetzt lang zu dieser Tür? Da hinten irgendwo. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die das... Ich glaub, da muss man oben irgendwo lang. Nee, 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 oben ist nix. Oder? Ja, aber die Tür, die wird, wenn du da oben bist, siehst du die durch die Wand durch. Ja, das weiß ich. Also müssen wir irgendwie von da oben lang, dort lang. Von mir aus. Ergo gehen wir jetzt mal hier weiter. Ergo heißt das... Naja. Zombie, dein Einsatz. Mach dich nützlich. Ich will was sehen für dein Geld. Hier geht's noch ein Stockwerk nach oben. Man kann's probieren. Ja. Jetzt seh ich auch wieder die Tür da unten. Warte. Okay, hier ist ne Bandage. Und Marga, ich loote kurz alles... Kannst du mir vielleicht mal das, 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 das Medikit mal von Fall, das Fall ist überlassen? Ja, hier. Geht's hier weiter? Ich seh hier nix mehr. Ja, warte mal. Ich muss mal... Hier geht's noch weiter nach oben. Ja, warte. Ich seh ihn auch nicht. Jetzt hab ich nochmal Muni gefunden, aber hier oben geht's nicht weiter. Ich muss, ich hab jetzt mir mal kurz, äh, was... Hier oben geht's nicht weiter. Ehrlich nicht? Ehrlich nicht. Ehrlich nicht. Ah, hier geht's... Geht's hier weiter? Nein, hier geht's nicht weiter. Die Tür ist unter uns. Ergo heißt, dass wir müssen eigentlich nach unten gehen. Ja, aber wir kommen da ja nur irgendwo hin. Gehen wir einfach mal hier weiter. Warte. Hier ist die Tür. Das look doch ganz gut. Ah! Das look ist eigentlich ganz great. Ja, ich glaub, äh, we have found something. Ja. Ja, we can go. Also. Hier ist die verschlossene Tür. Es ist angebracht. Hast du noch? Warte. Ah, warte, ich mach. Shit, hab ich gefressen. Prokey the bar, find the key. Ahem. Ich glaube, das solltest du mal machen. Ja, das lässt sich machen. Was haben wir denn hier? Ich glaube, ich hab den Key. Ja. Das ist doch schon mal. Oder? Ich weiß es nicht. Wo wirst du denn da nicht? Ich nehme mir mal den netten Herren noch vor. Jo, tu das. Dann suchen wir hier weiter. Herr und Frau zum Boot. Hier geht's nicht durch. Hier auch nicht. Ah! 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 Zombie ist ein Zombie! Ah, hab ich gefressen. Alter, hab ich mich erschreckt. Alter. Nur so tot. Wo bist du? Hilfe! Hier ist auch noch einer. Boah, Alter. Hab ich mich gerade erschreckt. Hab ich mich gerade erschreckt. Ich hab den einfach nicht gesehen im Dunkeln. Warte. Hilf mir. Hilf mir doch! Alter, das Besser ist ja voll schlecht, ey. Ich zieh da nix. Willst du einen Baseballschläger? Nee. Ich glaub, ich hab was getroffen. Ich mach mal Feuer an. Okay, hilf mal kurz mit. Hilf mit. Okay. Taschenlampe hast du nicht zufälligerweise mitgenommen. Nee, aber du sollst mal den Zombie da kennen, der da ist. Geh durch. Da ist, da ist einer mit Helm. Ja, mach. Kümmer du dich mal um den. Ich kümmere mich um den hier. Ha, ich hab daneben geschlagen. Hab ihn. Okay, warte weiter hier durch. Du brauchst nicht, Alter. Ja, ja, da bin ich gerade mit beschäftigt. Ich muss mich mal noch schnell zusammenflicken. Ja, ja, machte nur. Das ist bloß ungünstig, wenn du diese Tür da öffnest. Die geht gar nicht auf. Die geht gar nicht zu öffnen, soweit ich das sehe. Okay, jetzt müsste ich eigentlich mal ganz gut aussehen. Du siehst doch immer gut aus, schon vergessen. Hier lang. Ich kenn die Map zumindest halbwegs. Hier sind wieder Leute. Die rufen nach dir. Ja, da haben sie wieder ihren Drogenschmuggeltunnel hier unten gebaut, ne? War so gar kein Bock auf die. Okay, weiter, 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 weiter. Äh, ich hab jetzt nur noch 16 Schuss. Hier ist noch ein Base. Ne Uzi. Ne Uzi. Hast du irgendwie... Noch besser. Warte, warte, komm hier einfach weghauen. Weghauen, Alter. Feuerachs. 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 Was kann ich noch weghauen? Was brauch ich nicht? Vorsicht, da ist ein Behemter. Komm, brauch ich die Sniper weg. Brauch ich die Sniper weg. Ganz ehrlich. Das ist ein Behemter Mensch, wenn du mir den mal helfen würdest. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir ist auch ein Behemter. Warte. Ja. Ich konnte es doch nicht Uzi nehmen. Warte, mal gucken, wie viel Schuss ich auf dir hab. Nur 30. Nice. Was ist hier hinten drin? Hier ist ein Toder. Guck mal, hier geht's hoch. Hier ist noch ne Pistel. Hier ist noch ne Pistel. Ich hab'n Schlüssel. Ich hab' die Schlüssel. Äh, Olli, hier geht's hoch. Ja, und ich hab' die Schlüssel, die wir brauchen. Dann müssen wir wahrscheinlich da hoch. In der Tat. Ich geh' voraus, wenn's recht ist. Da kommt nämlich schon da oben mein Opa. Sieht doch jung aus. Ja. Fast so jung wie deine Opa. Hast du ihn mal langsam? Hast du Pillen? Nein. Das ist eins, was ich hab. Oh. Au. Scheiße. Ja, tut mir leid, ne? Das ist... Tut mir leid, in der Tat. Scheiße, und du stehst ja sofort wieder auf, ne? Hallo. War ich ne Frau? Ja. Oh, woher wusstest du das? Komm's, beeil dich, beeil dich. Ich muss das jetzt ja erstmal zumindest ein bisschen alleine weiterbringen. Ja, aber ich glaub', ich müsste irgendwann mal respawnen. Lol. Ich warte hier erstmal, ja? Wenn's genehm ist. Worauf? Auf dich. Allein mach ich da garantiert nicht weiter. Wann respawn ich denn? Hä, bist du noch nicht respawned? Nee. Scheiße. Oh, meinst du... Ich glaub', du musst da immer noch... Du musst da noch ein bisschen weiter... Bis zum nächsten Objective, oder so. Ja, wo muss ich lang? Sag mir jetzt schnell. Was muss ich machen? Ähm... Find lever for the... Lever for the warehouse door. Ja, ne? Kann ich hier rein? Kann ich hier rein? Ja, okay, da ist zwar ein Kind auch ganz ehrlich. Stopp! Ja, kleine Kinder sind... Kleine Kinder und kleine Kinder sind nicht gut. Ich fühl es... Bist heute sehr brutal. Drei Schuss. Drei Schuss, ey. Musst du... Äh... Ich hab hier irgendwas gefunden. Ich hab hier eine. Oh shit. In meiner Hände liegt ein bisschen, Muni. Bei mir wäre er noch... Warte, wieso hab ich überhaupt ne Feuerangst? Bei mir wäre er noch ne... Ne, 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 äh... Fubau gewesen. Ja, genau. Die hält dich zentral am Kopf und die gibt mir natürlich noch einen mit, ey. Schlampe. Okay, Muni hab ich. Ich glaube, ich hab ne Erste-Hilfe-Kit. Scheiße. Was solltest du vielleicht mal... Ja, pass auf, ob jemand hinter mir ist. Bitte sag da mal Bescheid, warte. Dann geb ich mir das jetzt mal ganz kurz. Ich guck dich an hier, ey. Ich frag dich dann nur, wo es hin muss. Mach vielleicht mal die Tür zu. Kann ich nicht. Jetzt musst du links klicken. Boah, hat das da mal langsam. Ah, ein Bart. Hey, ein Bart, cool. Alter, da liegt da hier ne Shotgun rum, ey. Was, was du dich gepflegt? Jaja. Dann die Shotgun kann ich nicht nehmen. Musst du was rausnehmen? Die Tabletten lass ich. Ja, ja, warte. Ey, ich schmeiß die weg. So, jetzt. Ja, die Tabletten hätte ich gebraucht, ne? Lol. Die Tabletten hab ich aber gerade erst gefunden. Ich weiß grad gar nicht. Muss ich weiter nach oben? So mal bitte, wo es weitergeht. Mach dich mir nützlich. Ich mache mich nützlich. Moment. Äh. Das ist ja so ein Küchen. Ah, doch, warte, 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 warte. Ich seh's, wo ich lang muss. Beziehungsweise, wo ich hin muss. Ich kann dir sagen, da warten ein paar Freunde auf dich, aber bloß, äh, ein paar. Na, hoffentlich sprinten die nicht. So lange die nicht sprinten, ist alles gut. Die sprinten nicht und die spawnen gerade irgendwie. Ungünstig. Und jetzt sind die wieder da. Das kann doch nicht sein. Wo muss ich hin? Hilf mich. Ich helf dich. Äh, wie helf ich dich eigentlich? Nö. Warte. Du musst auf die gegenüberliegende Seite. Okay. Boah, Alter, warum bist du denn abgereckt, ey? Du musst von dir aus jetzt nach rechts. Okay. Warte, leite mich, ja? Ach du Scheiße. An diesem brennenden Job vorbei. Na, mach doch was! Äh, ich kann mich nicht lösen. Dort. Boah, warum musstest du dein Recken gehen, du inkompetentes Stück? Boah, echt, ey, du Kotkrümel. Tut mir leid. Äh, ich glaube... Wie lange nehmen wir schon auf? Ich glaube, wir machen ja beim nächsten Mal weiter. Mit noch einem Versuch. Ja. Also dann, wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir machen dann gleich... Für euch geht es sofort weiter. Für uns auch. Bis dann, haut rein. Ciao. Bestes Ende ever.